Und auch der Startschuss ist geglückt, das ist ein schneller Starter auf der Bahn 7 von Niklas Jan Caluza. Aber auch Daniel Schluckwerder, der rennt hier eine wahnsinnig schnelle Kurve, biegt hier als Erster auf die Zielgerade ein. Und das sieht nach einem Zweikampf aus. Ist es Daniel Schluckwerder oder ist es Niklas Jan Caluza? Und das macht der Athlet im blau-weißen Trikot. Das ist Daniel Schluckwerder, neuer deutscher Jugendmeister. Mit der 127, der deutsche Vize-Jugendhallenmeister bei die 200 Meter. Outdoor krönt er sich hier zum deutschen Jugendmeister. Die zweite Medaille an diesem Wochenende für Daniel Schluckwerder vom LAC Berlin. 21,46 die offizielle Siegerzeit für ihn.